Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2015 bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung befindet sich in Marbach. 1963 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 98 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 480 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.